Machen wir das selbst? Wir machen es selbst, oder? Oh, wir machen es wirklich selbst! Bei den Robo-Walker Zeitangriffen rennst du gegen die Uhr, während du auf deinem Weg zum Ziel durch Kontrollpunkte läufst und springst. Pfeife wei... Was? Pfeile. Entschuldigung. Pfeile weisen dir den Weg zum Ziel. Berühre Boostringe, um beim Springen noch höher zu gelangen und Orte zu erreichen, die du nie für möglich gehalten hättest. Wer weiß, vielleicht findest du so ja nützliche Abkürzungen. Okay, das ist die Steuerung. Aussteigen will ich ja nicht. Bewegen. Mineralienradar. X springen. Kriegen wir hin, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Was zum... Wie bin ich jetzt da runtergefallen? Kann ich die Mission von vorne starten? Neuversuch. Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt da runtergefallen bin. Kann ich nicht schneller laufen? Ah, jetzt sind wir da hochgekommen. Checkpoint. Ja, und wo muss ich jetzt hin? Äh, ist blöd zu wissen, wenn man nicht weiß, wo der Weg ist. Nein! Oh, nochmal ganz von vorne. Oh mein Gott, Leute, das wird ein bisschen dauern. Ich werde wahrscheinlich gleich ganz ruhig sein, mich zu konzentrieren. Diese Dinger sind echt kacke zu steuern, bin ich ganz ehrlich. Das Springen ist voll kompliziert, weil die springen ganz komisch. Das ist ja mal eine Abkürzung. Was? Ich muss nochmal? Oh mein Gott. Weil man auch ganz von vorne wieder anfängt, wenn man verliert. Das ist doch blöd. Ich war doch an einem Checkpoint. Wozu hatte ich einen Checkpoint, wenn ich von da nicht wieder anfangen darf? Ich bin nicht wieder anfangen darf. Der reingelung. Aber das ist schon so wichtig. Ich bin nicht in der Erdung. Und wenn man vorsichtig ist, Kommt ich da überhaupt hoch? Boah, schon wieder richtig knapp. Da kommen wir nicht hoch, ne? Ne, es ist zu weit. Hallo jetzt! Oh! Oh, dieses Springen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss ab hier. Äh, toll. Hä, wie komme ich denn? Nein! Nein, 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 nein! Oh, was macht der denn? Ich, ich, ja, ich komme da nicht hoch. Halt die Klappe. Der Weg ist viel anstrengender, als man denkt. Alter! Wir hätten es aber fast geschafft. Diesmal sind wir viel weiter gekommen. Dafür wird jetzt ne ganze Folge drauf gehen. Ich wünsche hier den Turbo oder so. Ist das dein Ernst, Goku? Manchmal, manchmal springen wir. Und manchmal springt er hoch und weit und manchmal springt er dann so kleine, richtig ekelhafte Felsen nur hoch. Vergiss es. Alter. Oh, dass man das nicht überspringen kann. Anfangs war das Ding ja richtig lustig, aber auf Dauer ist das so nervig. Und ja, wir versuchen es jetzt die ganze Folge, bis wir es schaffen. Kann ich eigentlich, ich will was ausprobieren. Ja, okay. Ich verstehe nicht, warum er manchmal weit fliegt bei diesen Sprungteilen und manchmal nur so drei Zentimeter nach vorne. Obwohl ich wirklich komplett immer dasselbe mache. Holman, du hast echt einen Mist entwickelt. Ganz ähnlich. Dann ist dieser Weg auch noch so... Woa, ätzend. Wir sind jetzt noch ein bisschen zu gehen, oder? Auch noch ein bisschen zu gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu gehen. Boah, wieder so übermäßig knapp gerade. Unser Rekord liegt bei zwei von... äh, nee, bei drei von vier. Jetzt springen doch! Oh! So, wie wir hier jetzt hochkommen sollen, das ist jetzt... die nächste Frage. Okay, haben wir? Ich glaube, so weit waren wir noch nie. Oh nein, 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 ich bin nicht runter... Oh, geschafft! Oh, was für eine ätzende Mission. Du hast es geschafft, Son Goku, du bist schneller als Krillin. Super. Das gibt's doch nicht. Kann ich denn... Kann ich dich denn niemals besiegen? Hey, keine Angst, Krillin. Der mächtige Yangchoo wird dich rächen. Zeig ihn, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Yangchoo. Oh, Yangchoo ist dran. Vor euch steht der Sieger. Er wird letzter. Und Yangchoo ist am Ziel. Wow, Yangchoo, du warst wirklich schneller als Son Goku, was? Ja, das war ich. Saubere Arbeit, Yangchoo. Ich muss immer gucken, wer überhaupt was sagt gerade. Haha, was soll ich sagen? Ich bin eben ein echter Profi. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Der Nächste könnte deinen Rekord noch schlagen. Tja, das stimmt wohl. Wer kommt denn jetzt, Bulma? Mal sehen. Jetzt müsste Vegeta dran sein. Ja, Vegeta. Da fällt mir ein, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vegeta ist abgedampft. Er meinte, er hätte was Besseres zu tun. Unglaublich, so ein Blödmann. Okay, wenn Vegeta weg ist, kommt jetzt Piccolo. Ich passe. Bist du sicher? Okay, okay, dann bleibt noch mal sehen. Dann war es das. Ich habe gewonnen, oder? Oh nein. Nicht so schnell, Wolfsjunge. Du hast uns vergessen. Ach, ihr macht auch mit? Wir sind sogar schon gefahren, während ihr euch unterhalten habt. Was? Ihr seid schon fertig? Ja, und Pool hat die Zeit gestoppt, damit alles fair läuft. Und was haben die beiden für eine Zeit, Pool? Ähm, sie waren winzig schneller als du, Yangchoo. Und alle, was? Aber ich wollte doch gewinnen. Hey, keiner hat gesagt, dass man nicht im Team antreten darf. Ich habe die beste Strecke gesucht, damit Olong sich auf das Fahren konzentrieren konnte. Boah, ihr seid echt gut. Tja, da jetzt keiner mehr kommt, haben wohl Mutten Roshi und Olong gewonnen. Klingt gut. Achso, klingt so. Ich frage das ja nur ungern, aber was wollt ihr für einen Preis? Oh Gott, ach ja stimmt, das sind ja die beiden. Hm, das ist einfach. Das lese ich jetzt nicht vor. Weil sie sowieso wegfliegen. Wow, der Roboter wollte offenbar nichts Perverses von euch hören und ist einfach in die Luft geflogen. Moment mal, ihr habt eindeutig... Ach, wisst ihr was? Vergesst es. Aber sie haben eine krasse Zeit hingelegt. Ich war genauso schockiert wie der Rest. Perverse Gedanken sind eine enorme Kraftquelle, zumindest bei uns Menschen. So haben sie also gewonnen, du bist ja ein Fahrer... Äh, Wissensquell, Yangchoo. Irgendwie ist diese ganze Nebenquers totaler Mist. Ist das wahr, Tenjinhan? Frag mich nicht sowas. Okay, Themawechsel, vielen Dank. Ah, oh man, ihr habt euch kein bisschen verändert. Was redest du da? Natürlich haben wir uns nicht verändert. Warum sollten wir uns verändern? Ja, ich meine, denk doch mal nach. Du bist jetzt zwar der stärkste im Universum, aber doch auch immer noch der Alte, oder Son Goku? Ja, es wäre echt schlimm, wenn du plötzlich anders zu uns wärst. Guter Punkt. Du bleibst weiter so. Son Goku und wir bleiben wir. So soll es sein. Oh Gott sei Dank ist das endlich vorbei. So eine nervige Nebenquest. Ja, das hat auch wahrscheinlich fast eine ganze Folge gedauert. So kommt mir das vor. Was denn jetzt? Oh, dieses ganze Gerede über Veränderungen erinnert mich an. Die Zeit, als wir auf Narbek den Körper mit Captain Ginyu getauscht hast, Papa. Boah, du hast mit jemandem den Körper getauscht? Ach ja, ich hab... Da hab ich ganz vergessen. Das war krass. Ja, toll. Erinnerungen. Und so bereiteten alle Son Goku eine schöne Rückkehr. Ist das jetzt vorbei? Oh, Vegeta. Wir wollen... Nein, wollt ihr nicht. Verdammter Trottel. Oh, es ist vorbei. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh Mann, das war so eine nervige Quest gerade. So. Wir haben nur die Hauptmission. Ja, auch bei Meister Kario haben wir nichts. Dann... Teleportieren wir uns mal dahin. Dieses Rennen war so echt... Bäh. Bitte, lass das nie wieder drankommen. Wenn man nur einen kleinen Fehler da drin macht, ist es eigentlich komplett schon aus. Man muss wirklich aufpassen, dass man perfekt läuft. Ich weiß, da war auch eine Abkürzung, aber ich konnte die nicht erwischen. Und ich weiß nicht, wie wir da rangekommen wären. So. So, 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 so. Nach Hause zu... Chichi. Und bald müssten auch mal Son Goku und Piccolo ihren Führerschein machen. Ich frage mich, ob das hier noch drankommt. Ich wette, Chichi ist sauer. Tadai ma, oka-san. Go,悟空-san? Hon-mon-no-no-悟空-san-na-no-ke? A-tar-mi-ee-ja-nee-ka. Hehehe. O-me-e-mo-gen-ki-sou-da. Songoku erzählte alles, was geschehen war. So. So. 3年後に人造人間が来るからごはんちゃんを修行させてけれって? ま、まあ、いいだろ? いい加減にしてけれ!冗談じゃねえ! 悟空さ、どこまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ! 勉強も若っが、3年後には地球そのもんが邪魔くなるかもしんねえんだ ダメだダメだ!何と言おうと許さねえ! ちょ、じゃあ、おめえは地球の未来よりごはんの勉強のほうがデイジだっていうんか? あったりめえだ!ごはんちゃんの勉強のほうが大事に決まってるだよ! いい?さすがにそりゃねえだろ! ま、たのむよ! しかたねえだ!これが最後だべ! ちっち! だけど3年経ったら、ぜってい憲法をやめさすからな! ほ、ほんとにすまねえ、ちっち! スーパーサイヤ人にも弱点あったか… よし!ほんじゃ、修行に行くとすっか! 悟空!悟空よ!聞こえるか? ん?この声、神様か! うん!よーく聞こえるぞ!久しぶりだな! よーくぞ地球に帰ってきたな!待っていたぞ! さっそくで悪いのだが、お前に大事な話がある! 神殿に来てもらえるか? うえ!?今じゃねえとダメか? ほら、これから修行が… みんなにとっても大事な話なのだ! みんなに? あ、あ、わかった! 今からそっち行くよ、神様! ん?待っているぞ! ピクロ! わりいけど、おら神様んとこ行かなきゃなんねえんだ! おめたち、どうする? 何?神だと? 俺はやつのところになど行くつもりはない! そっか! じゃあ、おめたち、先に修行してってくれ! わっ! はっ! はい、お父さん! でも、お父さん、場所ってわかるの? ピクロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかすさ! 大丈夫かなぁ? そら、いったいった! あ、めっちゃお母さん! つもり、ここはピクロとしっかり勾行するんだぞ! おめでとうございます! 蕊? それは… 神様の大事な話かぁ。 なんやろうなぁ? Gott also Okay Ich will lieber einen Führerschein machen mit Son Goku Aber gut Dann erstmal zu Gott Ich will lieber einen Führerschein machen Gott sagt es von Goku Dass die Dragon Balls nur noch ein paar Mal benutzt werden können Was? Ich habe keine Ahnung, dass die Dragon Balls nicht gut ist? Nein, meine Todes sind Ich habe meine Ziele, meine Veränderungen und die Veränderungen Es gibt die Zeit, wenn ich die Zeit zu stellen Auf Was? Es ist ein wenig Gefühl. Ich glaube, dass es nicht so viel zu denken. Oh, ich weiß. Wenn ich ein wenig Gefühl habe, ist es nicht schlecht. Ja. Aber wenn ich meine Zeit habe, dann werde ich es für heute. Ich habe es nicht so viel zu denken. Ich verstehe. War das jetzt so ein Hinweis auch darauf, dass ich jetzt nur noch, dass ich jetzt lieber die Dragon Balls benutzen sollte? Entschuldigung, irgendwie im Räuspern, weil das gleich nicht mehr geht. Ja-Jeru-Bee! Horaを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか? Soいうこと! Tano-Miがあるんだギャ! Nanda Tano-Miって? Senzu-Da-Wa-Senzu! Ka-Lin-Sama-Ga-Mata-Soda-Te-Ru-Te-Ru-Te-Yo! Sollte-Nya, Hihiro-Taka-Hit-Yo-De-Yo! Sollte-Azume-Nno, O-Mia-San-Ni-Tano-Mou-Tou-Mou-Tou-Mou-Tou-Te-Yo! Nara, O-Mia-Ga-Azume-Ni-Ke-Bai-I-Jo-Ne-E-Ko! O-O-O-Ri-Wa-I-Soga-Sii-Nu! O-O-M-II-Tacho-Pod-Industry-ive-I- knowledge-Zisa-Sotta-Kerr-??? Ja, Chirubi hat erklärt, was man zum Anbau von magischen Bohnen benötigt. Mhm. Halt, das ist eine Erinnerung. Muss ich wirklich räuspern. Um den gefährlichen Attentäter-Tauber beizubesiegen, steigt Son Goku den Meisterquittenturm hinauf, von dem behauptet wird, dass noch niemand je seine Spitze gesehen hat. Dort befindet sich angeblich das heilige Wasser, das die Kraft derjenige, der es trinkt, enorm erhöht. Son Goku. Wirklich. Ruhe jetzt. Um Zugang zum heiligen Wasser zu erhalten, muss er jedoch zuerst am katzenartigen Einsiedler Meisterquitte vorbei. Bei dem Versuch, den Flinkmeisterquitte zu besiegen, hat Son Goku unbemerkt trainiert und ist stärker geworden. Son Goku hält einfach nicht die Klappe, wenn ich vorlese. So. Das ist ja unerhört. Das ist ja unerhört. So. Erstmal. Da redet jemand. Okay. Ich dachte, vielleicht hat er noch mal ein Rezept. Brauche ich zwar eigentlich erstmal nicht, aber ich krieg's mal mit. Oh, okay. Gegner wahrscheinlich auch, ne? Ja, wusste ich's doch. Noch alleine, ne? Wir können das Team, glaub ich, nicht bearbeiten. Aha Carlo. Hau!!!! Oh! Naarl hat. Naarl hat. Ich weine Klingbe ist d feature. Oh! Was ich bewbau'isch? dieser was O� geht nicht. So. So, erstmal, da ist wieder so eine komische blaue Kugel. Und hier? Hast du was für mich? Ja, natürlich hast du was für mich. Du hast alle benötigten Gegenstände übergegeben. Ich glaube, ich glaube, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Das ist einig. Das ist, dass der Gokun mitgebracht hat. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. schieren wir noch ein paar medaillieren die habe ich jetzt auch ganz vergessen. Du kannst jetzt vom Meister Quitte magische Bohne erhalten. Magische Bohne brauchen eine gewisse Zeit zum Wachsen. Du bekommst sie, indem du Meister Quitte im Meister Quittenturm besuchst. Vor einem harten Kampf solltest sie dir unbedingt ein paar Bohnen besorgen. Und keine Angst, wenn du mal vergessen hast, sie abzuholen. Meister Quitte hält bis zu neun Stück für dich bereit. Hast du schon welche für mich? Ah, guck mal, zwei magische Bohnen. Jippie. So, ähm, jetzt können wir mal ganz kurz nochmal die Medaillen machen. So, dann gucken wir mal. Ja, mit Bulma und du passt natürlich in diese Werkstatt-Dinge ins Kirchen rein. Wo denn auch sonst? Ist Bulma nicht auch dort? Ja, Tatsache. Gut, dann gleich in der Verbindung mit Bulma. So, Bananas hat was mit Meister Kaio am Hut in den Muskelspielen Dingens. Ich weiß nicht mal mehr, was hier alles ist. Aber Meister Kaio ist sogar hier. Bitteschön, Bananas. Okay, und Meister Quitte hat mit Yachirobi. Er passt gut in dieses Kampf-Dingens-Kirchen rein. Das hier. Mit wem hat er denn noch eine Verbindung? Auch mit dem Oberältesten, nicht mit Gott. Das ist aber merkwürdig. Na gut, das waren erstmal alle. Ähm... Ich würde ganz gerne unten mal gucken, ob da vielleicht noch eine Erinnerung ist. Und dann gehen wir weiter zur Hauptmission. Außer sind wieder Nebenmissionen aufgetaucht, das wir gleich auch nochmal überprüfen müssen. Hä, sind wir nicht beim Quittenturm? Der ist da. Erstmal, da ist was blaues. Hier können wir so einige Sachen sammeln. So, ist er jetzt fertig mitreden, dann können wir das hier auch mitnehmen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die tief in Son Goku schlummernde Kraft zu wecken und Dämonenkönig Piccolo zu besiegen. Ultraheiliges Wasser. Um das ultraheilige Wasser zu erhalten, stoßen Son Goku und Yachirobi tief in eine Höhle am Ende eines... was? Eis-Labyrinths weit im Norden vor. Nachdem er die Prüfung der Dunkelheit abgeschlossen hat, kann Son Goku schließlich das ultraheilige Wasser trinken. Allerdings erweist es... erweist sich das Wasser als Gift, das Personen nur dann Kraft verleiht, wenn sie seiner mächtigen Wirkung standhalten können. Ja, das hat dich einmal fast umgebracht. Ich weiß. Gut. Er ist so nah dran. Er ist doch so nah dran. Nach dem Weg können wir ja so ein paar Items sammeln. Zack, 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 zack. So ein Rollfuhl, nehme ich auch nochmal mit. So, und da hinten ist der Dragon Ball. Oh, das Ding war Gold. Hier sind so viele Items. Oh, ich will gar nicht aufhören. Okay, jetzt sollten wir aber langsam... Was ist denn das? Noch eine Erinnerung. Uh, als Son Goku und Bulma in das, in dem Dorf eintreffen, in dem sich der nächste Dragon Ball befindet, haben... Ach, ja, befindet's. ...haben sich alle Dorfbewohner in ihren Häusern verbarrikadiert. Sie verstecken sich vor dem als Olong bekannten, gestaltwandelnden Monster, das angeblich junge Frauen entführt und diejenigen mit dem Tod bedroht, die es davon abhalten wollen. Bulma bietet an, dass sich Son Goku um Olong kümmert, wenn sie dafür den Dragon Ball erhält. Ach, ja, Olong. Der kann sich zwar verwandeln, aber er kann sich nicht stärker machen. Er kann sich in das größte Monster verwandeln und bleibt trotzdem genauso stark, wie wenn er sich nicht verwandelt. Hier sind ganz viele blaue Kugeln, die will ich alle mitnehmen. Sind die, äh... blauen Kugeln irgendwie besonders seltsam? Mhm, tolle Arbeit. Danke, Meister Kayo. Ich wollte eigentlich weitermachen mit der Hauptmission. Jetzt sammel ich hier. Aber wenn hier so viel rumliegt, was soll ich denn machen? Okay, pass auf, diese D-Medaillen nehmen wir noch... ...mit. So, da ist sie. Und dann würde ich sagen... Komm, jetzt reicht's aber. Oh, ich kann nicht aufhören. Gut, ähm... ...keine Nebenmissionen. Zurück zur Hauptmission. Und mal kurz anders hinsetzen. ...